Dieses Ziel, dieses Precision-Mode, da bin ich mal gespannt, wie das nachher auch für die Joystick-Lude-Nutzer ist. Wir gucken da mal ganz kurz rein. Hier, das neue Ding. Das können wir jetzt auch im Live testen übrigens. Da gibt es die Master-Modes im Live. Wer bislang keinen Bock hatte, PTU und so runter zu laden, kann das im Live sich angucken. Heute rausgekommen. Was ist Master-Modes? Alles besser. Also ein Modus, um zu kämpfen und ein Modus, um von Platz von Ort zu Ort zu fliegen. Da ist Jogi klatt. Also er sagt, Master-Modes ist das, was den Combat exciting macht. Also da habe ich anderes gehört, von verschiedenen Seiten. Wir werden das sehen. Das ist ein bisschen laut, ne? Ich meine ein bisschen leiser. Masters and Blasters. Since CitizenCon, we've been bringing Master-Modes into Arena Commander. Progress has been quite good. Showing off the new Modes and letting people get their hands on it. Collecting the feedback, seeing how players respond to that online, by monitoring how players react on social channels. We've been testing internally a lot. It's a very limited selection of ships, but even so, people seem to like it. People seem to like it. Also sie haben das eingebaut und haben das in den sozialen Channels und haben das getestet und geguckt, wie die Leute darauf reagieren. Und die Response war offensichtlich positiv laut deren Aussagen. Taking that feedback and carried on making progress and adapting it all to the rest of the ships as well. We've been watching how players play the game, monitoring analytics, putting it all together and sharing it with the devs who need to see it. How the hell do you know about converting 200 ships to be in this? Unfortunately, there's only really one way to do it, and that's to not get too intimidated by the number. A team effort. We're just cracking through it, really. The difficult part, of course. Also wie ist es, 200 Schiffe zu überarbeiten? Wie fühlt sich das an? Da lacht die April und sagt, er gibt noch einen Weg dazu machen. Team, Aufgabe und Run. Wobei ich sagen muss, was ist mit den Non-Combat-Ships? Sieht man auch nicht, ne? Also habe ich jetzt noch nicht in Mastermots gesehen, die Non-Combat-Ships. Weil Mastermots ist ja nicht nur Kampf. Mastermots ist ja auch Balancing von Schiffen, die jetzt nicht für die Kampfrolle ausgelegt sind. Especially als Designer, is to try to understand the new game dynamics that the game system creates. Especially in an environment like DPU. And then try to be able to deliver the proper game experience for every ship with a, you know, a different tuning. And that's quite difficult, but that's also what is really interesting about bringing up a new feature. So we're moving each individual ship into an archetype and we're going to rebalance that ship to the archetype as a starting point. And then basically, once that's complete, we're going to add the individuality into each ship. Each ship. Also, das ist ja schön. Von Anfang an alles richtig. Von Anfang an alles richtig gemacht. Ja, Jogi macht das gut. Jogi ist gut. Aber von Anfang an alles richtig gemacht. Und jetzt, im Grunde genommen erzählen die ja auch nicht viel Neues. Es geht halt darum, die, jedes Schiff, jedem Schiff seine Rolle. Deswegen sage ich ja auch immer, kauf das Schiff nicht nach dem, was gerade Meter ist. Oder kauf das Schiff nicht nach dem, wenn du Geld ausgeben willst. Also, kauf das nach dem, was da steht. Als Text. Dieses Schiff ist gedacht für, dieses, dann, dann, ne, kauf das Schiff nicht nach, wer hat den meisten Laderaum, dann, wer hat das Ding, sondern guck dir die Rolle an. Macht das Sinn? Was willst du damit erreichen? Deswegen hat sich auch immer wieder was verändert. Jetzt sagen sie halt, sie wollen jetzt mit Master Modes sie alles nochmal so ein bisschen zerschoppen. Shop, 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 shop. Wird alles super. Aber wird seit zwölf Jahren super. Voll Refresh. X-Titeration. Also Snapfighter, typische Archetypen. But it cannot dish out a lot of damage and it can also not receive a lot of damage, before it pops. Lightfighter. Very maneuverable, decent weapon loadout. And it's basically there for agility engaging. Aber Snapfighter, Snap, ja Snapfighter. Diese ganzen Mikro-Dinger. Und dann Lightfighter. Mediumfighter. So, was ist ein Mediumfighter? Hornet. Wackenjagd ist eine Light, ne? Da das jetzt schon Heavyfighter ist, da sind wir jetzt schon bei der Wingard. Aber auch nur Kämpfen. Based on the ship and what the purpose of the ship is, we have variations of that. For example, we have the Interceptor-Variant of these Tunings. Okay. This is a tuning variation that can apply to any of these archetypes. An Interceptor-Tuning for a ship means that this ship exchanges... Ja, ich verstehe das schon. Also, du hast so deine Archetypen von Schiffen, Snapfighter, Medium, Light, Medium, Heavy. Und dann hast du da noch diese Untergruppen drin, immer, ist das ein Abfangjäger, also ein Interceptor, ist das ein Bomber und so weiter. Da wird dann nochmal variiert. Und dann halt auch in der Klasse selbst. We mean the rotation rate and the lateral strafing accelerations, simply for speed. So they will not be able to turn their velocity back to much. They will not be able to rotate much. But they will be very, very fast, just going forward. Und dann Racer, okay, aber Racer, jetzt ohne Witz, macht er jetzt das. Aber was ist jetzt der Unterschied zwischen einem Racer und einem Lightfighter? Oder Racer und einem Snapfighter? Also, sagen wir mal, ein Lightfighter mit, mit, ist ein Racer nicht gleichzeitig einfach nur ein Lightfighter als Interceptor, der Vollgas gibt? Wie würde man das jetzt genau definieren? Also, Haltbarkeit gegen Agilität. Mehr Panzerung, wenn wir die mal bekommen würden. Okay, Conny, Hammerhead. 98 Jump. Idris. I know that players cannot control the Idris, hat er gesagt. Hat er sich gerade kurz verbessert. Idris? Ah, äh, players cannot control the Idris, aktuell. Also, kommt nicht. Saber ist dazwischen? Ist es ein Medium- oder Lightfighter? Okay. Irgendwo dazwischen. Irgendwo dazwischen. Okay. Ja, okay, it would be very boring, aber das würde erstmal helfen, wenn das passen würde. Okay, aber eine Cutlass passt da nicht rein. Ähm, die F8 ist halt jetzt ein Medium, ist halt ein schwerer Fighter, wissen wir auch nicht. Haben wir das schon im Master-Mods drin? Ich habe das noch gar nicht ausprobiert und gesehen. So, und da, jetzt, Bub, ist das angegangen, ist die Target, ist der Target angegangen. Du zielst damit, mit, das ist jetzt, äh, Precision-Targeting. Afterburner remaining 100%, okay. Ähm, boah, da bin ich mal gespannt. Das habe ich noch gar nicht richtig, hat das, haben wir das schon gesehen in Master-Mods? Ich muss da dringend mal ausprobieren. Äh, und dann, wie geht's mit dem Joystick? Geht das überhaupt mit dem Joystick? Okay. Sie wollen... Okay, also, du gehst in den Zoom-Modus, folgendes passiert. Du kannst viel präziser treffen, du kannst da einzelne Dinger rauspicken. Dafür wird deine, äh, Feuerrate reduziert, aber auch der Spread, also dieses Auseinanderdriften von, von Schüssen. Also du, also dadurch, dass du präziser triffst, also du hast nicht mehr so eine Streuung, ja. Ja, Streuung ist weniger, äh, dafür die, 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 Schussrate wird weniger, aber dafür kannst du halt genauer zählen. Ähm, ich finde, man, man merkt halt komplett, man merkt, es, es soll geil aussehen. Es ist, die Optik ist, es ist nicht EVE Online, Tabellenkalkulation, da irgendwo da hinten ist ein Raumschiff, ich schieße mal drauf, ich habe genau so, hm, dann tickt da drunter. Es soll geil aussehen, es soll einen Funken sprühen, du sollst sehen, wie ein Flügel abfliegt, du sollst halt sehen, was da passiert. Das ist, das ist das Key-Element von Chris Roberts' Vision, es soll geil aussehen, du sollst nah ran, du sollst die Explosionen sehen, du sollst den Splash-Schaden sehen, du sollst fühlen, was da passiert. Oh, gott da Feuer raus. Ah, geil, auch hier zu sehen, also der sagt, der Lightfighter, du kannst dann, du kannst mit dem Lightfighter die Hammerhead nicht mehr down kriegen, aber du kannst mit dem Lightfighter jetzt offensichtlich dann die einzelnen Komponenten verkrüppeln. Du kannst sagen, okay, den Turm will ich da wegmachen, den einen da, den Turm, der soll weg und da drauf gehe ich jetzt. Und dann sieht man auch, wenn ihr mal guckt, er zielt mit dem Fadenkreuz, mit der Mitte, genau auf da, wo er hinschießen möchte. Die Kanone schießt aber, ja, ballistisch, aber schießt oben drüber, also schießt dahin, wo der Pip wäre dann, also wo das Schiff gleich ist, wo diese Komponente gleich sein wird. Siehst du, sieht man nicht, da kommen die Ballistikgeschosse raus, sie kommen hier rausgeflogen, kann ich das zeigen. Hier, da, so kommen die rausgeflogen, er zielt hier, ja, aber die Schüsse gehen nach hier, fliegen so drüber weg. Da, wo das Schiff nachher sein wird. Leo, ich glaube, das mit dem Vorher-Scan-Filtern weg, weil das ist ja dann jetzt Precision Targeting, das ist eine andere Sache. Du wirst wahrscheinlich, dann werden die einzelnen Elemente aufpoppen, die da anschießbar sind. Ich gehe mal davon aus, dass das vielleicht auch ein Problem, das auch ein Ding war, dass man die Subkomponenten nicht mehr so aufschalten konnte beim Übergang in dieses System. Antimaterials, also, warum sagt der, das habe ich nicht verstanden, das habe ich schon erst mal nicht verstanden. Antimaterial Weapons, also irgendwie Ballistik dann oder so. Also, die Materialabtragenden oder das Antimaterial, Antifighter Weapons, also um die Fighter abzuknallen und dann Antimaterial, um dann Schaden auf dem Schiff aufzubringen. Da, das habe ich nicht verstanden, wieso das Wording so komisch ist. Ja, und der bewegt sich nicht richtig und fliegt auch nicht. Und da ist es total einfach, dann da das auszuwählen. Wir werden mal sehen. Ich muss noch mal ganz kurz zurückgehen. Vielleicht meint er mit Material, dass es da um ballistische Munition geht, die den Schild besser durchschlägt. Möglicherweise ist das gemeint von wegen Panzerbrechen, durch den Schild schlagen, Material, um Hüllenschaden, also Schaden auf der Hülle durchzuführen. Das macht dann vielleicht mehr Sinn. Also, ich spule mal ganz kurze Stückchen zurück. Die nächste große Sache, die das neue Aiming-System hat, ist das so-called N-1-System. Das bedeutet, dass wenn man ein Gimbal an einem Schiff hat, die Weapon, die an dem Gimbal an der Gimbal, geht in eine Größe. At this point, in time, after lots of testing, we're pretty confident, that we don't want the system anymore. So in the future, if you have a size 3 Gimbal on your ship, it will carry a size 3 Weapon. Okay, ich mach das mal ganz kurz auf Deutsch, damit das jedem klar wird. Das alte System, wenn du ein Gimbal dran hast, war es ja so, wenn du ein 3er Gimbal hast, kannst du eine 2er Knarre drunter schnallen. Wenn du den Gimbal abgerissen hast, kannst du eine 3er Knarre fix drunter schnallen. Das wollen sie nicht mehr. Jetzt hast du ein Gimbal am Schiff, ein 3er Gimbal und dann ist da auch eine 3er Waffe dran. Du kannst keine fixen Waffen mehr, du brauchst jetzt ein Gimbal da dran. Alle Turrets, Moment, immer nochmal zurück. Also alle kriegen Gimbal. Alle Turrets bekommen Gimbal. Auto-Gimbal-Mode, den gibt es jetzt nicht mehr dann bei Schiffen, sondern nur noch bei Turrets. Also wenn ich das richtig verstanden habe, Auto-Gimbal fällt weg, du kannst dann mit der Hand gimballen. Also im Turm, wenn du aber Auto-Gimbal anmachst, wird die Feuerrate reduziert. Das heißt, wenn du die manuelle Gimbal, okay, wenn du manuell schießt, hast du eine höhere Feuerrate in einem Turm. Das muss ich mir angucken. Wenn du das Auto-Gimbal, also dann wird die Feuerrate reduziert, aber nur im Turm, also da wo Auto-Gimbal ist. Als Pilot hast du kein Auto-Gimbal mehr, dann schießt du quasi fixt mit so einem Spread wahrscheinlich, mit so einem minimalen. Ich verstehe nicht. Haben sie jetzt Gimbal an die Schiffe reingemacht oder nicht? Du kannst halt von Hand gimballen. Das heißt, die Mauspiloten sind ja im Vorteil dann, ne? Manuell, Gimbal. Das müssen wir mal ausprobieren. Ah, okay, Gimbal aktiviert sich mit dem Zoom-Mode. Ah ja, okay, das macht Sinn. Dann, ja klar, okay, das ist richtig. Boah, dann musst du als Pilot natürlich, wenn du fliegst und dann so, dann bist du... Ich bin gespannt, wie es für die Joystick-Piloten, ich bin ja Joystick-Pilot, wie das dann sein wird, weil ich muss dann ja umschalten irgendwie. Fliegen und Gimballen mit dem Joystick, das wird heftig. Das ist sehr mauslastig offensichtlich, da müssen wir mal gucken. Also da auszuweichen, hat sich sehr stark verändert, sagen die hier. Ähm, hat sich sehr stark verändert, du musst halt irgendwie cheffen und dein, damit die deine Aufstattung verlieren, das ging ja vorher auch, aber musst du jetzt machen und dann raus. Ähm, ja, interessant. Äh, für mich auch interessant, hier nochmal diese, diese Gimball-Geschichte, die, die, da bin ich mal wieder umsetzen, weil ich auch gerne den Turm immer mit dem Joystick geflogen bin, weil er, also gefahren hat, weil er, ich fand er immer sehr angenehm mit dem Joystick. Bewein Maasin. The moment is that players are very happy with Squadron Battles, players are not very happy with the 1v1, so this is more an area where we have to improve. Of course, there are some very detailed feedbacks about some tuning choices, how we should make some type of archetypes better rather than not. In general, this is going to be mostly appreciated. The players are really enjoying the different roles that we've got. The Interceptors are quite successful. There's been some pretty good feedback around the Buccaneer. We've probably still got a little bit of work to do around the Lightfire Class and 1v1s, but other than that, it's been pretty good. Also, um mal so ein Stimmungsbild einzufangen, wird hier gesagt, dass die Rückmeldungen, die Feedbacks aus der Community wohl sehr gut wären, dass das gut angenommen wird, sowohl die Racer als auch im 1v1s und so weiter, da, das glaube ich denen nicht. Das ist sehr gefärbt. Das, was ich, ich habe mich, ich habe mal nachgefragt. Die Meinungen gehen da doch sehr stark auseinander und sind alles andere als nur positiv. Alles andere als nur positiv. Hier wird ein bisschen gewasht, glaube ich. Ich meine, die können natürlich nicht sagen, können natürlich nicht sagen, dass das nicht gut ankommt bei einigen. Aber, ja, also ich, nur mal als Ergänzung hier, die Meinungen gehen da sehr stark auseinander. Ich glaube, das ist eine gute Formation. Das ist nicht die Testbuchdefinition. Also, sie haben Spaß. Und man sieht ja auch, die kommen näher zusammen. Das ist ja der Wunsch gewesen auch. Und es ist halt Chris Roberts Vision, Dinge sollen geil aussehen. Du sollst, das ist auch mit dem Precision, mit dem Ranzoomen, du siehst wieder Spray, du siehst, wo du triffst. Es soll halt irgendwie nicht da hinten irgendwo was passieren und so fern, sondern du sollst quasi das Weiße im Auge vom Gegner sehen. Und du sollst die Lackierung sehen vom Schiff, damit du die auch kaufen willst. Völlig in Ordnung, ja. Völlig in Ordnung. Ich fände es halt persönlich natürlich schade, wenn die Sticks so ein bisschen außen vor sind an bestimmten Sachen. Ich fände es mehr cinematisch. Der soll sich geil anfühlen. Finde ich auch gut. Den Teil finde ich auch gut. Du hast das Gefühl, dass du, naja, jetzt haust du ihn weg, und dann, oder, oder, oje, oje, oje. Das finde ich gut. Und du kannst das nicht so viel zu tun, dass du das nicht so viel zu tun hast. Das ist ein großer Plus für den Spiel. Es ist die Spielfeld ein bisschen mehr als wir die Spiele haben. Als wir langsam mehr Leben in die Spiele haben, werden wir die Spiele wissen, wird das Spiele bei der Hände sein. Die Spiele sehen, wie viel mehr frantisch und intimate all die Spiele sind in den Arena Commander-Testingen wir haben so far. Und ich freue mich auf die Spiele hören, als wir es aus den Spielen haben. Nicht alles, was in 3-2-3, kann man schon sehen, in der Master Mode, AC-Mode. es kommt viel mehr Sachen, insbesondere für Weapon-Treatment, wie wir Capacitors benutzen, etc. Wir haben noch viel mehr, aber das ist noch nicht zum Testen. Aber das gehört ja eigentlich auch alles dazu. Dieses ganze, das ganze Paket. Finde ich ein bisschen schwierig, das zu sagen. Ja, wir sind noch am Bauen, aber ist noch nicht alles da. Wir kriegen noch mehr. Hm. Also, mithelfen, mitmachen, testen, Meinung abgeben. Auf jeden Fall. Jetzt kommt noch ein kleines Bonbon hinten dran. Hätte ich gar nicht stoppen brauchen. So. Wandul. Aber das ist nur eine Wandul-Maske, oder? Ich habe keine Ahnung. Und was ist das? Das ist die Kuh, die da hinten steht. Okay, die haben sie witzig gemacht. Und unten sind ganz viele Kühe, sehe ich. Unten sind ganz viele Kühe. Und unten sind ganz viele Kühe. So. Ich denke, danke Jared. Meine Meinung noch dazu, meine Gedanken noch dazu sind, ich finde es gut, wenn wir ein System bekommen, hoffentlich bald, was das Jousten ablöst, was andere Probleme ablöst, was die Schiffe dann tatsächlich auch in ihre Rolle zwingt. Dass du nicht in der Lage bist, oder sagen wir mal nur unter sehr, sehr widrigen Umständen mit einer Arrow einen Hammerhead down zu schießen. Und dass so eine Hammerhead halt genau dafür da ist, 50 anfliegende Arrows wegzusnacken. Weil dafür ist das Ding da. wenn die großen Schiffe dann kommen, also die Non-Kombatant-Schiffe, dass die halt auch ihre Möglichkeiten bekommen. Es wird dann gesagt so, ja, es geht nicht nur um 1 vs. 1, 1 v 1. Die PvPler, die sich im Arena Commander und so weiter messen, um ihre Fähigkeiten darzustellen, um die geht es halt auch nicht immer. Und nicht 100%. Dadurch Masterboards wird es natürlich so sein, dass du die Oberhand gewinnst, wenn du ein gemischtes Fund Hack dabei hast. Also zwei Lightfighter, zwei schwere Fighter, eine Corvette und so weiter. Und wenn du damit dann da bist, dann kann man sie aber auch trotzdem nachher nicht beschweren, wenn du auf der anderen Seite dann mit einer Prospektor und einer Buccane angeflogen kommst, dass du dann weggesnackt wirst in 0, nix. Und hier gilt natürlich auch wieder, ich zitiere immer gerne Agents Leti von Mongrel Squad, Might makes right. Wenn du mit vielen bist und das gilt dann heute, das gilt jetzt wie später, wenn du mit vielen bist, hast du halt recht. Das ist schön, dass du dann gut bist oder dass du das blöd findest, dass du den ehrvollen Kampf 1 gegen 1 mit Visier oben und so weiter, das ist schön. Aber wenn du dann auf eine andere Truppe triffst, dir dann überlegst, ach nee, da will ich vielleicht doch nicht hin. Ja, mit dem möchte ich mich vielleicht jetzt gerade doch nicht anlegen, weil die sind irgendwie sechs und wir sind zu zweit. Und die haben irgendwie entsprechend andere Schiffe. Deswegen, der Kampf findet eigentlich schon statt, bevor der Kampf stattfindet, im Kopf, im Nachdenken, macht das Sinn und so weiter. also das sind auch so Überlegungen, die sind halt in der Meta, also in der Meta-Ebene, nicht in der Meta von dem Schiff, sondern in der Meta-Ebene finden die statt. Und da sollte man sich genau überlegen, was für ein Spiel spiele ich hier eigentlich? Das ist nicht Tischtennis, wo jeder die gleichen Regeln hat, sondern da stehen auf der anderen Tischtennisplatte und dann seid ihr plötzlich drei kleine Chinesen und du bist alleine und hast früher nur Tennis gespielt. Dann ist es natürlich blöd. Also, weil ich damit sagen will, Mastermots kommen, wir werden sehen. Ich glaube, alles wird gut. Das istましょう. Vielen Dank.